du kannst ja auch mal einfach angewöhnen runter zu zählen bevor du aufnimmst entschuldigung noch mal 3 2 1 jetzt darfst auch reden guten tag herzlich willkommen zurück zu trine 2 ja ähnlich wie die begrüßung hier läuft hier die ganze zeit schon ab wir tun immer nur so wie wenn wir uns voll lieb hätten und so aber kaum ist der stream aus die aufnahme da nicht der stream die aufnahme da gehen die beleidigungen los in diesem sinne hallo und weiter geht es zu zwei profis räumen auf oder so korrekt da wenn ihr euch fragt wer das ist das sehr großartige benutzernamen mit dem ich hier unterwegs bin das steht übrigens links oben das steht tatsachen links oben ja was auch immer das war ich bin froh dass es die andere richtung eingeschlagen hat ach da will mir was töten der glaubt mir jetzt wieder das ding da da ist noch was da war was ich bin so stark ich kann die kiste hier weg schieben und da ist noch so ein ding drin das hole ich mir noch da unten ist auch noch eins du lässt ja den ganzen guten darf hier liegen die blubber blase kommt nicht hoch ja mach mal die mal kaputt ach da liegt ja toll auf der blubber blase auf dem spon pump brauchen wir nicht irgendwie so den zauberer oder so für für das ding da hoch zu machen rechts ach so das könnte unter umständen warte an toll man könnte aber einfach den hebel da oben ziehen drücken es geht ja wirklich man könnte den hebel ziehen ja ja aber stimmt mit e mit e ähm ja ja kann ich den hebel mit dem zauberer nein macht noch mal warte 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 liegt da bissel was unter nein nein ja hast du sehr gut gemacht ja finde ich auch hammer das ist geil es macht spaß die pfeile sind nicht so wirkungsvoll warte mal kosten 1 ja natürlich mag die haben wie wir haben fähigkeitspunkte ja mal tab drücken kosten 1 ihr habt doch 1 upgrade kaufen fähigkeitspunkte ich habe null kosten 2 habe ich glaube nie du kannst alle dreist gehen wo du der host bist du musst einmal nur fähigkeitspunkte haben ich glaube aber nicht dass ich die mit killen kann oder was steht kannst du die wenn du tab drückst dann kommt die karte bewegt doch mal die maus über die einzelnen punkte da ja ja nicht über die die fähigkeiten halt ja und dann klickt da mal auf irgendwas drauf ja und was steht dann da der rette kann einen sturm werfen blablabla ja ist die fähigkeit ja und links unten steht upgrade kaufen nein nein doch wenn jetzt auf den hammer klickt da ist oben der text und links also links unter dem text upgrade kaufen oder zurück nein nein aber mir steht nicht genug fähigkeitspunkte ja ja dann brauchst du fähigkeitspunkte ja gut aber die kriege ich ja nicht wenn ich jedes mal neu ins spiel komme quasi das stimmt das sind halt die dinge wo du einsam aber die die runden ja aber wenn du jetzt es gilt zählt das nicht für beide weißt du wie ich meine ja doch eigentlich wie kann ich meine eisfeuer pfeile hier muss man ist da noch etwas was uns tötet ja hast du denn jetzt schon irgendwo punkt verteilt ja ich habe eispfeile gekauft für die dame frostfall ja der ist bei mir aber nicht aktiv oder warte man gibt mir mal die dame sofort ich weiß nur nicht wie die aktiviert die frostpfeile einstellen du hast doch gerade einen geschossen echt ok ups ja ich bin profi hier warte nimm mal die dame und schieß mal normal ich bin gerade im menü moment also kontrolle nein nein anpassen steuerung konfigurieren vielleicht laden speichern löschen standard und hier jetzt schieß mal ganz normal ich bin nur immer im menü aber du hast die alte jetzt genommen moment du hast schon wieder ein charakter gewechselt ja weil ich im menü drauf klick ja auf f haben die die spezialfähigkeit wenn man die freigeschafft hat freigeschaltet hat ah ja das wollte wissen aber habe ich noch nicht da war doch ein eisfeil echt die wechseln eine waffe wechseln vielleicht wie kommen wir da hoch ich bin einfach hoch gesprungen da bist du doch ja jetzt klauen wir schon wieder das teil klar haut da mal drauf bitte ja und dann sagst du du hast geklaut ja haupt bitte unten auf die wurzel mal macht immer weg ich brauch das rohr ja haupt du geiler zauberer du ja der retter ist glaube ich doch wolltest du sagen zu fett oder so nein hier ist eine schlange die schlange entgegner quasi oder bin direkt mal wieder weggelaufen das macht sinn was muss machen kannst du da oben mal was kaputt hauen oder so ach da übrigens hinter dir ist nur gegner denn du irgendwie nur so habe ich kaputt gehauen ja 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 durchlaufen ist eine schlechte idee wollte nur mal ausprobiert haben oh shit ähm du musst das jetzt machen ach ich habe das spiel gar nicht leiser gemacht so bist wieder da moment wenn kaputt einfach nach links laufen okay was müssen wir jetzt machen mit der scheißschlange also ich gehe mal mach da oben mal kaputt ja achso aber hammer wäre gut oder so könntest du bitte mal nach links laufen ach ich bin tot figur wechseln so bist wieder da so aber wie soll ich das andere kaputt machen kannst du hier mal nochmal eine kiste äh ja zauber nochmal eine kiste hier hin dass ich da hoch springen kann so ouch ungefähr so warte jetzt noch eine nein ich kann nur eine ja ist hier wohl sooo gewaltige schlangen und riesige schnecken was kommt als nächstes ein gigantisches gegrillte schwein hoffe ich wer sind diese seltsamen leute ich behalte sie video sequenz überspringen geht das irgendwie ja es macht echt viel mehr spaß zu zweit zu spielen auf jeden fall ich habe ja 1 2 und 4 im single player durch ist auch geil und vor allem das dlc vom zweiten teil ist super ah hier bienen aua boah wie viel schaden ich genommen habe ich habe immer noch null fertigkeitspunkt ich glaube ich kann nicht erfahrung 37 von 50 hm ja genau und du kannst dann wenn du wenn du die voll hast die 50 dann kannst du aufsteigen dann schnapp dir du mal die die ganzen dingens da die die runden dinger und dann steigst du hoch ja aber das bringt ja nichts wenn ich dann beim nächsten mal wieder neu bei dir connecte weißt was ich meine ja dann müssen wir es halt einfach durchspielen das ja 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 genau ja jetzt soll ja jetzt nicht so der stress sein immer weg ja fast das ist jetzt nicht dein ernst gewesen ich wollte die kiste dahin legen ja bist oben und bringst den nicht um das ist irgendwie unkollig ab wem denn ja die haben mich gerade kaputt macht das grüne ding da war da einer ich habe keinen gesehen ja der liegt hinter dir ach der ist tot ok du bist doch hier eine super waldläuferin ja au ach da bist du ja ja ah das sind so so dinges ah oh ah ähm danke auch ähm wow bienen links ist so 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 dingens links oben ah warte mal 46 aber die checkpoints die sind schon sehr sehr nett verteilt ja irgendwer wollte auch leicht spielen ich glaube die sind dann anders vielleicht wenn man ja ist ja okay so bei dem chaos was wir hier veranstalten ja das ist ja das ist ach du bist der zaubermensch okay ja doch ne jetzt nicht mehr ich war ja gerade so jetzt habe ich einen skill punkt äh ja dann kannst du upgrade kaufen ja dann kannst du upgrade kaufen versuch mal warum stirbe ich gerade jawoll da ach da wissen wir du läufst immer aus meinem schild raus ja ich ich wollte den hebel drücken sehr gut sehr gut so ja jetzt könntest du theoretisch einen punkt vergeben ja dann kauf doch was für äh das ist zeitlich aber eng ach ach ich verstehe es kannst du mal zauberer nehmen und mit so einem stein mit dem großen oben das raub blockieren äh das rad blockieren mit so einem stein der am boden liegt ah mit so einem ja wo soll ich denn das blockieren ja halten einfach halten ja ich halte passt kannst loslassen ok doch ne ah warte mal hier von hier warte lass mal los ach ja perfekt ich bin ja mal gespannt ob der den fortschritt dann jetzt auch speichert fürs nächste mal ja ich denke ja das weiß ich eben nicht ich konnte ja beim spiel auswählen ähm vom vorne oder bestimmtes kapitel oder letzter checkpoint irgendwie warum schwingt das da so blöd rum obwohl ich das gerade gepackt habe achso so aber die frage ist da ist rohr hinten wo links unten hinten hier sind auch noch rohre ok aber da ist feuer links hinten da ist auf jeden fall ein secret wir können das feuer um lenken lenken und das secret holen ok dann machen wir das mal hol mal äh habe ich gut im endeffekt reicht das ja schon wenn du das so da drauf machst aha und ja nicht und nun jetzt mach jetzt machst du das ich hab noch was stimmt ups ah jetzt komme ich hier nicht mehr durch ja ich sollte vielleicht auch auf die andere Seite zuerst gehen ach das pustet mir das teile jetzt weg ok das ist blöd aber so kommen wir doch schon hoch oder ja leicht boah da ist so stein 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 was wo ach ich bin äh stein und troll ja ich bring den stein aber da nicht mehr weg ja doch ach du bist da ok ja 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 oh der kriegt direkt ach schon weg ah ok einfach moment da oben ist ein rad warum ist da ein rad hier ist ein stein auf jeden hier ist ein secret hier ist noch ein stein hinter versteckt aber zwei steine hätten wir ah zwei steine ist sie einen ja hier hinten im loch ah andere teile war das echt besser dass du wenn du mit dem zauberer was schweben lässt hast du selber trotzdem gehen können das ist ein bisschen blöd dass das jetzt nicht klappt da zwei ausgeschaltet das muss zum schaffen sein ja müssen wir da oben durch springen ich gehe davon aus das geht nicht warte 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 bitte grill den mal kurz nicht selbst top es sieht einfach echt schön aus ich bin ins wasser gefallen äh ja ist unten irgendwas ich weiß es nicht ich habe angst vor dem frosch ja war es ah no so a secret ne mhm der tut doch nix äh Prinzip verstanden komm mal her was will er denn den Apfel da oben ah musst du den auffangen nein aber wenn man da oben richtig steht der wächst ja immer nach der Apfel und der den holt dann kann man über seine Zunge weiter hin ist nicht wahr ja doch ich stehe halt immer blöd äh äh ja meinst du so in etwa in etwa äh äh und das ist nicht mal das seltsamste was ich in letzter Zeit gemacht habe und das ist nicht mal das seltsamste was ich in letzter Zeit gemacht habe im übrigen so trunen wie du vorher gefunden hast da gibt es wohl sehr viele mit auch Fähigkeiten und einer ist zum Beispiel unter Wasser atmen oha du bist nur aus dem magischen Paläsmann geworden mit dem wir unter Wasser atmen konnten ich bist du da immer noch unter Wasser nein äh ich bin bei der nächsten Truhe hinten hä ich prügel mich hier gerade mit einem Haufen Trolle achso ja dann sagt Bescheid wenn du fertig bist ja alles klar alle tot ok komm wieder ich bin da wo bist du war denn da unten hier oben wir kommen jetzt wieder aus dem Wasser raus was war da auch nix ich hab nur eine Truhe gefunden und ein bisschen so Zeug eingesammelt und ok hast du also nichts verpasst oh oh ich mach hier alles kaputt oh die Teile ist brechen naja ungünstig aua 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 hört sich nicht gut an ne alles gut ah guck mal hier ich kann ja was gegen das Feuer machen ja du kannst einfach durchlaufen mit dem Schild irgendwas schießt da aber auf mich noch nö das war ich ich wollte den Troll da weg machen oh Mensch wenn ich die Blase nicht krieg, kriegst du die auch nicht guck guck zwei Profis am Berg drei Profis am Berg das ist der Wahnsinn boah das ist das toll oh wie machen wir das denn hier wie kommen wir denn hier rein Video ööö wir da war doch irgendwo so ein Teil kann man das hier ab ach da ist ein Stein da es ist ein Stein im Moment ja colour man mir erstmal muss ein Stück vorschmeißen und dann meinst du du kriegst Oh, das geht. Aber man kommt trotzdem nicht rein. Kann ich dir nicht vorschieben damit? Schade. Schade auch. Doch. Zumindest einen. Einer ist ja okay. Nein! Hey, warte mal. Irgendwie ist da gerade Dampf rausgekommen. Was hast du gerade gemacht? Ja, das kommt immer im Intervall. Nö, ich glaube, du bist da unten irgendwo draufgerutscht. Nein! Ist wirklich so. Okay. Ja, komm, geh halt da raus. Verdammt. Äh, das muss ja noch einfacher gehen. Ja, wir müssen mit den Blubberblasen da hochfliegen. Nee, es muss einfacher gehen. Ja, noch einfacher als da hochzufliegen geht nicht. Ja, dann flieg doch mal. Verdammt. Ja, ja, ich bin dabei. Jetzt. So, siehste? So. Ja, und du? Ja, ich warte hier mal. Ja, warte doch. Ja, wann soll der Intervall immer kommen, ne? Ach, jetzt. Okay. Lalalala. Schießt aber bestimmt die Blase gleich kaputt. Oh, das wäre voll die Idee gewesen. Verdammt. Also, so mit den Pfeilen schießen bringt jetzt nicht so viel. Ja, aber auch dieser komische Haken von der Ollen, den hat man auch noch nicht so wirklich genutzt, ne? Ich frage, aua! Äh. Bist du schon wieder tot? Ja, irgendwas hat mich da erschossen. Geh mal hier. So. Hä, was war denn das? Äh, was bringt... Mach mal bitte unten den Hebel. Ah, das macht den Bienenkorb hoch. Ja, und du jetzt Hebel bitte. So, wenn du jetzt loslässt... Dann bin ich tot. Oh, Entschuldigung. So, bist du wieder da? Was machen wir denn gegen die Bienen? Kannst du den abschießen? Ah, ich hab da so eine Idee. Ach, das funktioniert, ist ja der Wahnsinn. Wir haben einen ganzen Tag in diesem Dreck verbirrt. Für was man die zwei Hebel allerdings braucht, das weiß ich nicht. Der eine war für das Tor aufzumachen. Ah, okay, ja. Und mit dem zweiten kannst du die Bienenkorb hoch und runter machen. Alles, ja. Kannst du das Flirten mit der Blume aufhören und können wir dann weitermachen? Ich höre hier gerade aufmerksam den Prolog zu. Ach so, Entschuldigung. Keine Sorge, Frau Blume. Mein Gott, meine Zuschauer würden gerne das komplette Spiel sehen. Okay, also überspringen, ne? Wenn ihr den Prolog sehen wollt, geht bitte zu alle Rasten aus. Der beste Kanal. Hast du vergessen zu sagen? Ich glaube, ich blende an dieser Stelle ein. Schaut alle beim Benutzernamen vorbei. Das ist voll geil. Ich habe schon überlegt, ob ich das irgendwie ellert oder so mache. So, warte, ich starte jetzt aber hier eine neue Folge. Wie du startest eine neue Folge? Ja, ich starte jetzt hier eine neue Folge. Ja gut, dann mache ich das jetzt auch. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Jo, servus.